Nicht ab, oh, Todesmine, oh, geil, 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 so, einmal Todesmine, sehr gut, sehr gut, so, jetzt aber vernünftig, ne, nicht so wie eben, nicht, dass ich schon wieder gekickt werde. Ja, Todesmine, Imperium, Todesmine, in Katar gibt's Todesmine auf Heroisch. So, genau, bämmst die da schön weg mit der Kanone. Wer sitzt denn da drin, ein kleiner Gnom, ach, unser hübscher Poolmeer, bist du wahnsinnig? Er soll nicht zu viel poolen, Alter, ich kann das nicht gegenheilen so viel. Gott sei Dank ist das ein Paller. Gut, dass der Hand auflegen gemacht hat. Daraufhin Jack Daniels, gönn dir, Prost. Prost. So, hier geht's schon weiter. Child Ghost Carina. Na dann. Super는데. Und man. Gönner. Na dann. Gönner. 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 alter ich komme damit den heim nicht nach ja 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 meiner ist voll was ich brauche hier ja wir haben priester dabei oder ja so konzentration boss fight so komm haut den mal um freunde haut den mal um haut den mal um er hat mir definitiv mindestens ein kopf zu viel wieder mit einem erfolg sehr gut so was haben wir hier leder meins behalte ich das bille drauf ich behalte meins was ist da los bei klasse von 13 sorten energy sorten sind neu ausverkauft also nicht meine freunde ich habe keine ahnung mojo das ist ja schon seit ich weiß nicht seit ich kann mal ich kann die mal anschreiben und mal fragen ob die wissen wann die neuen sorten wann die anderen sorten den wieder lieferbar sind soll ich das mal morgen versuchen herauszufinden mojo ja weil das ist ja schon seit ein paar wochen ich kann mal bei morgen mal meine kunden eine kontaktperson nochmal anschreiben und fragen ob sie mir denn sagen kann wann die sorten denn wieder verfügbar sind vielleicht können die mir da irgendwas sagen keine ahnung also ja 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 junge junge das aber schon hat das stück arbeit jedoch aber wir schaffen das fragt mal nach deine leute gehen sonst nach holy und kaufen da ja ja ich frag mal ich versuche mal morgen herauszufinden ob die mir sagen können wann die die neuen sorten denn da oder nicht die neuen wann die denn da wieder was im repertoire haben aber wie gesagt ich würde sehr gerne dieses marshmallow würde ich probieren weil ich glaube andere hersteller haben die geschmacksrichtung marshmallow haben die glaube ich gar nicht mein ich 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 alles einsammeln hier So, sind wir dann beim nächsten Boss. Ich habe heute noch... Habe ich mit den Druiden heute schon irgendwie ein Item aus einer Instanz bekommen? Ne, ne? Ich habe mir nur das eine Item selber gekauft, aber so irgendwas bekommen habe ich glaube ich nicht. Uh! Junge, Junge, ey. Heute ist es so warm und ich komme hier echt ins Schwitzen heute bei HC's heilen. Eieieieiei, eieieiei, eieieiei, eieieieiei. er hat meinen Tintcher nicht hier zu besuch machst du dann die Frisur von meinem wori Nee, die Junge, die ist einmalig. Das muss einmalig bleiben, die Frisur. Die sollte man nicht irgendwie kopieren. Das ist eine einmalige Sache von deinem Worry. Das sollte nicht kopiert werden. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Die Frise. So, Kinder, heute ist wieder Fußball, ne? Halbfinale. Heute Frankreich gegen Spanien. Und morgen Niederlande gegen... Habe ich vergessen. England. Papa, bin der kleine John ingame. Python muss mich mal in Target haben. Ja, Moment. Hilfe! Der sitzt auf mir! Der Typ beißt mir ins Ohr. Nimmt es weg. Toll, Kette. Ich brauche Leder oder Stoff. So, weiter geht's hier im Programm. Ja, das ist der kleine John mit seiner Frisur hier. Da, guck da. Warte mal, ich gehe mal zur Seite. Da. Da vor mir, der Mann mit der... Interessant und Frisur. Da. Der da jetzt hüpft, der kleine. Oh, ich habe aber schon echt ein bisschen Entstress hier heute, du. Viel zu heilen, viel zu heilen. Hm, hm. So. Würde dir definitiv stehen, Blue. Ah, nee, guck mal. Ey, nein. Nee, nee, nee. Das ist, wie gesagt, nein, nein. Das kann ich, nein, nein. Das kann ich nicht, nein. Das kann ich nicht kopieren. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von ihm. Nee, 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 nee. Es sei denn, in ganz Azeroth bricht so ein Trend aus, ja, dass jeder so eine Frisur trägt, äh, trägt. Dann könnte ich es mir vielleicht überlegen, ob ich dem Trend folge und dann auch zum Friseur gehe, ja. Aber welcher, welcher Friseur macht denn überhaupt so ein Ding, Junge? Der muss doch, äh, da brauchst du eine spezielle Ausbildung für, um, äh, das hinzubekommen. Was ist los denn da hinten, Freunde? Einzig wahre Nachtelf-Irokeser, richtig. Richtig, die einzig wahre Frisur. Da, komm. Hau die mal weg. Brauche noch zwei Kategorien für Musik-Quiz. Ist das schwer? Äh, ich hab dir meine Kategorie geschrieben. Brawnhouse hat dir auch seine Kategorie geschrieben. Teenchen auch, soviel ich weiß. Oder suchst du selber jetzt, äh, musst du selber dir auch was ausdecken, das meinst du? Also, du musst dir doch zwei selber überlegen. Nur sind nur noch drei da, der Rest ist out of order. Zum Glück hab ich noch was. Okay. Ja, aber, wie gesagt, ich frag mal nach, aber ich denke mal, dass es bald wieder aufgefüllt wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, äh, dass die das jetzt irgendwie noch länger nicht haben, äh, die anderen Sorten. So, Boss-Fight. In der Zwischenzeit kann man ja nur noch ein Schluckchen Wasser nehmen, sehe ich gerade. Ja, nimm doch als Kategorie hier Modern Talking. Modern Talking. Wie wär's damit? Ja, nimm doch als Kategorie hier. Boah. Hilfe, hier kommt wieder Aua rein. Was in die Baumgestalt gehen? ich komme jetzt zu heikel ich will einhand dingensbumsens haben das ist zweihändig will ich nicht den Knüppel will ich nicht er braucht was allgemeines mache kurz mal ordnung in der bude und dann geht's los was allgemeines eine allgemeine kategorie zu einem musikquiz was könnte der imperio da nehmen hat irgendjemand vorschläge 80er 90er rock kuschel songs deutsche genau kuschelrock da gab's doch mal gab's da nicht mal bravo kuschelrock oder so sowas früher genau sehr gute idee kuschelrock kuschelrock und so was oder mach 1000 follower special die frisur von meinem gnome als zusatz mega idee ne 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 bei 1000 followern gibt es einen 24 stunden stream und da gehe ich nicht extra zum frisur noch für ne 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 eben ne 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 no Reserve muss ich nur, äh, wo ist denn der Tank hin? Ah, der ist schwimmen gegangen. Ich muss für Trill-Troll nur einen Screenshot machen. Ja, als Beweis. Falls der nicht im Stream sein kann. Er hat ja aber auch sowieso gebeten um einen Screenshot, weil er sich das irgendwo einrahmen wollte, glaube ich, hat er gesagt, ne? Ich glaube, wir haben auch gerade eine der längsten Instant-Dungeons bekommen, die man hier so, äh, haben kann, oder? Die warten doch bestimmt schon auf uns wegen des PSR-Rates. So, rein da in die Kanone und wegballern! Herr Tank! Herr Tank! Ich hab kein Mana! Ich will ja nicht rumflammen. Komm, anregen. Hilft alles nix. Aua! Irgendwas haut mich! Falls irgendjemand nachher Fußball guckt ab 21 Uhr, dann gerne, äh, Zwischenergebnisse in den, äh, Chat posten. So, jetzt hab ich kein Anregen mehr. Ich kann keine Pullen nehmen. Ich bin sowas von um. So, jetzt erstmal saufen. Bei Peter Schilling, Major Tom, ist Adi verloren. Äh, meinst du? Warum heißt der Kokosbäume? Das ist, das hat ja mit der Schlange nix zu tun. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn Kokospalme genannt hab. Kann ich dir nicht mehr sagen, Imperio, warum ich mich für Kokospalme, äh, entschieden hab. Keine Ahnung. Nein, Germany is out, ja. Ja, ich mein, äh, das ist, das ist schon richtig, äh, seitdem Deutschland, sag ich mal, raus ist, verfolgt man das nicht mehr ganz so, aber heute hier, äh, Spanien gegen Frankreich, äh, Na gucken, auf dem, auf dem Papier theoretisch ein schönes Spiel, aber die Franzosen haben ja bis jetzt, äh, auch sich jetzt nicht wirklich mit, äh, rumbekleckert, ne. Ja. Ich habe Aua gemacht bekommen. Wieder, ja, wir hatten schon lange kein Teppich mehr. Wir hatten lange kein Teppich. Komm, überlebt es, Freunde, überlebt es. Was bei dir so lange heißt. Hallo, ey, wann bin ich denn das letzte Mal gestorben? Das ist doch jetzt bestimmt mindestens, äh, 45 Minuten her. Würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ich meine, ja, ne. Ich meine, das wäre mindestens 45 Minuten her, dass ich das letzte Mal gestorben bin. Kronos, guten Abend. Du Teppich. Was für eine nette Begrüßung. So, jetzt nochmal konzentrieren. Ach, gleich kommt noch dieses blöde Event, wo man hier wieder hinlaufen muss. Ey, ich mag das nicht. Guck mal, der Socke, der Kollege Socke mag den Teppich auch. Der mag auch mittlerweile Teppich. seit gestern erst hier zu Gange und er hat das mit dem Teppich schon voll verinnerlicht. Kronos, es wird nur Rock allgemein, wird so schwer mit nur Rock am Ring. Kronos. Ah, ich habe das Rief von Kronos. Kronos. Dumpf. 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 Auuuuuuuuu das dinge dauert aber auch paar minütchen oder endlich das herz aus der brust reißen wir machen so was mein gott ist der typ ist der typ agro endlich endlich das war ein hartes stück arbeit da es kommt kollege krümel ja ja Untertitelung. BR 2018 Sehr schön! Kann man nicht gebrauchen. So, wir haben fertig, oder? Alles? Alles? Ja, ne? Ah, ne, Quatsch. Da kommt ja noch was. Da kommt ja noch was. Das ist noch nicht alles gewesen. Hierauf habe ich lange gewartet, wisst ihr? Hierauf habe ich lange gewartet. Kannst du doch lange warten, weiter lange warten. Oder? Ja, ne? Ja, 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 ja. So, Freunde, wer jetzt dazugekommen ist, schmeißt euch ins GVA 15.050 Gold für Katar Classic Server Everlook Fraktion Allianz. Wer Interesse hat, Follower da lassen, an diejenigen, die keine Follower sind. Und danach ein Ausrufezeichen. GVA bitte in den Chat schreiben. 15.050 Kröten. Nehme ich, Herr Tomek. Grüße. Und Herr Tomek, vielen lieben Dank für die ganzen Likes auf Insta. Nur mal so, ne? Muss auch mal gesagt werden. Wir springen. Tägliche Routine. Ja, danke schon. Ja, morgen kommt noch, morgen kommt noch, äh, morgen oder, weiß ich nicht. Morgen ist Mittwoch, ja. Donnerstag kommt auf jeden Fall ein neuer Beitrag, das weiß ich schon, ist schon vorbereitet. Ob morgen was kommt, weiß ich noch nicht. Alles, über die ich so kenne, bekommen Likes. Dankeschön. Wenn's da sonst noch irgendwann reingucken will. Insta. Morgen ist Mittwoch. Mittwoch, 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 mit Zwiebeln oder? Obendrauf, nix Zwiebeln. Ihhh, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Morgen ist Mittwoch, du musst arbeiten, 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 den ganzen Tag. Ganzen Tag. Wuhuuu. Hilfe. Nicht da reinlaufen. Ich glaube, als ich das erste Mal mit meinem Mage hier drin war, äh, hatte ich es geschafft, äh, an den Dingern zu sterben, meine ich. Ecklatsch, sch Dumters, dass wir hier sind, dass wir mit dem sau Technischen ock, diankösen, Wir sind hier. da kann man weiter ja mach die bude auf ab durch die tür da gott sie was gott sieht ja aus wie bei der wie bei super mario was was sieht die aus wie bei super mario so die in ist eh der totale horror ich mag sie eigentlich ich mag die also da gibt es schlimmeres da gibt es schlimmeres zum beispiel drin war toll da wurde ich heute rausgeschmissen wo wurde ich rausgeschmissen aus welcher instanz mit meinen droiden das war nicht grimm war toll auch wie heißt die in die mit dem wurm da als ersten boss steinerner kern heißt das ding da wurde ich rausgekickt heute zus weil die gestorben sind als wenn ich da als heiler was vier könnte sonne ist jetzt weg hier die regenfront kommt weil jetzt in der nächsten halben stunde anfangen zu regnen auch bei mir teenchen oder nur über über deiner siedlung bei bei mir steht noch mal gucken da wird jetzt wohl kaum sterben wenn ich war eben aufs handy gucke also bei mir nix regen nur bei dir hatten tank immer abnippeln lassen ja nicht nur den tank ja alles ist nachher gestorben breites band kommt von westen rein auch bei dir okay das ist geil mein handy sagt nix ich bin mal gespannt welches handy und welche app den recht hat deine oder meine ach ne ist im katar meine hasse ini dauert so ewig lang und so viel misskram aber jeder fühlt was sowas ja anders ja ja gut die ist das ist wirklich das habe ich eben erwähnt wir sind eigentlich quasi auf dem weg in den psr raid aber ja ich glaube todesmine ist glaube ich wirklich so vom zeitlichen aufwand gesehen glaube ich am längsten oder ja ich glaube ja ich glaube ja ist auf jeden fall ist auf glaube ich auf jeden fall also wenn es nicht die längste ist dann ist auf jeden fall eine der längsten aber ich würde sagen dass es die längste in die ist immer kurz für modes alles klar ja sehe ich auch so ja also ich glaube es ist das ist auf jeden fall also wenn ich jetzt tippen müsste welche instanz in kata ist die längste würde ich definitiv bodesmine sagen das ganze schiff ist mit sprengstoff gespiegt erfreut euch an eurem feurigen tod alles klar gleich ist nach der indies direkt in für den raid leute auch es hat doch nicht wirklich gedacht dass ich nur eine Reihe Sprengstoff legen würde, oder? Mir doch egal. Sprengstoff hin, Sprengstoff her. Whee! Guck mal, das sieht doch witzig aus. So, 18% hat die noch. Ah, ich glaube nicht. Ja, noch eine hat die mitgenommen. Wen hat's erwischt? So, was haben wir denn hier? Leder, Stärke, kann man nicht gebrauchen. Leder. 300, oh, den Kopf. Oh. Ja, her mit dem Schädel. Ja. 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 Ja.